So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo hier auf diesem Kanal, das eigentlich nur existiert, weil ich nämlich vorhabe, so eine kleine Serie zu starten, die da lauten soll, Let's test your code. Heißt also im Klartext, ihr könnt mir eine Modifikation oder ein kleines Spiel geben, das ich dann testen werde und mit ein bisschen Glück wird die breite Masse dann darauf aufmerksam. Auf dem Weg will ich kleinere und vor allem neuere Entwickler unterstützen, die oft nicht bemerkt werden, obwohl sie eigentlich wirklich was drauf haben und nur entdeckt werden müssten. Die Videos werden dann wahrscheinlich eine Länge von 1-2 Stunden haben, die ich dann in mehrere Parts aufteilen werde und so praktisch insgesamt ein Letztest pro Woche rausgehauen wird. Dann habt ihr einmal pro Monat die Möglichkeit ein Spiel auszuwählen, das euch besonders gefallen hat und aus dem können wir dann ein Let's Play machen und es praktisch bis zum Ende durchzocken. Sofern der Entwickler oder die Entwicklerin das will, werde ich auch auf den Download verlinken, damit ihr das Spiel sogar selber spielen könnt. Ich weiß noch nicht, wann der erste Part dann letzten Endes kommen wird, es kommt ganz drauf an, wie die Idee dann bei euch ankommt, aber ich hoffe natürlich, dass er möglichst früh kommt, damit ich euch keine leeren Versprechen machen muss. Wenn ihr Fragen oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es einfach in die Kommentare oder per PN. Wenn ihr dagegen schon was einschicken wollt, was ihr eigentlich auch sollt, dann bitte nur über das Anmeldeformular, das in der Beschreibung verlinkt ist. Ja, dann sehen wir uns, hoffe ich mal, bei der ersten Folge von Let's Test Your Code wieder und bis dahin!